Hola hombres, mi amo GammaFall y me hablo espanol. Nicht sehr guto, como es das? Ich hab mal fett nen Screenshot gemacht. Ich bin heute einfach mal ganz gechillt. Eine Runde Q-Do Bad Wars. Die Runde muss eigentlich heute noch on kommen. Ich hab das eben schon mal versucht. Da hatte ich eine fucking Runde. Ähm, MLG Rush. Und die Line war ganz schnickig. Ich bin nicht drunter gefallen. Ich bin stolz auf mich. Das hätt ich nicht sagen dürfen, weil dieses ich bin nicht drunter gefallen, ähm, macht eigentlich chemische Reaktionen. Die sorgt dafür, dass ich gleich einen 10 Sekunden Tag drunter falle. Alter Junge, übertreib mal. Das war meine Schuld, weil ich... Alter, ist es dein fucking Ernst? Neue Runde, neues Glück. Junge. Ähm, ich bin One-Hit. Alter! Die Runde nicht besser wird, dann quitte ich. Vor allem das Eklige ist, ich muss ja jetzt schon, ähm... Ich muss ja... Eigentlich sollte mein Video schon seit ein paar Ständchen on sein. Und ich hab nicht mal was geschnitten. Ich nehme... Sprich, ich muss alles noch rendern. Ähm... Ich muss das Ganze noch schneiden, rendern, hochladen. Ja, gut. Oh! Alter, war das knapp. The fuck? Was hat mein Gegner gerade für eine Mission? Aua! Ich verstehe es nicht. Ja, das Brot... Das Eklige ist... Mein Skill ist das Eklige. Ja. Wer kennt's nicht den Jungen? Höh! Ne... Sorry, aber wenn ich mad bin, dann kann ich es nicht vernünftig schreiben. So, ein fucking One-Slick möchte ich eigentlich mal... Ich hätte es nicht sagen dürfen. Eigentlich ist es auf diesem Server die absolut OP-ste Taktik, sich mal flach zu bauen, weil... Jeder baut sich hoch! Denkt der ernsthaft? Ich würde ihn nicht sehen. Mein Jungen... Du bist vielleicht nicht schlecht in Bad Wars... Aber ich bin nicht blöd. Vielleicht bist du auch einfach nicht so klug, wie du dachtest. Könnte auch eine Mischung sein. Alter! Rudi, mach nicht diesen... Ich muss zugeben, du bist echt nicht so klug, wie du denkst, glaube ich. Äh, ja komm. Ne, da muss ich den leider mit der Spitzhacke ziehen. Und... Ciao! Wenigstens eine geglückte Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like da, da würde ich mich drüber freuen. Aber ich möchte eigentlich nicht so liken, like gerne machen. Also, äh, ein Kommentar, wo ihr irgendeine Kritik da lasst. Ähm... Würde mich hier sehr freuen. Dann haut rein. Ciao!